Fernsehkamera. Kölsch. Gedanken lesen können. Hi, mein Name ist Thelma Burbing und ich war für Germania in meiner alten Heimatstadt Meckenheim, wo ich groß geworden bin. Und wir haben sogar ein Interview mit meiner Mutter geführt, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und aus meiner Kindheit und Jugend erzählt hat.